Guten Morgen, so sieht's richtig bei mir aus, gell? Und immer die ganze Zeit in Begleitung, lass denen in Ruhe, lass denen in Ruhe, wie ich mich hier beleidigen lassen muss, wie die Christine im vierten Strock schwebt ist, wie ich selbst nie mein Kind mehr gesehen hab, wie sie auf Fanta 4 uns für Montag gefeiert haben, wie das meine Erkennungsmusik war, wie ich nie in der Zeitung drin stehe, wie alles übergeschwemmt wird, wie Avicii tot ist, hey, was für ein Geschenk ich gekriegt hab von der Südwestpresse, ich schick's sogar mit Porto, mit meinem, hey, das noch hinweg, gell? Wie arrogant das Ganze war, wie die mir Dreck gemacht haben, hey, das kennen die nämlich nicht putzen, wieder Gönner, wieder gesprochen, ach nee, das ist ja tatsächlich auch schon wieder, wie die Bürgermeister wechseln, das ist so lustig alles immer, gell? Ach guck, wie man mich gleich zum Rentner gemacht hat, hey, wie lustig das ist, wie sie uns nicht mal erwähnen, hey, und finden, wie viel Abschaum ich mitzahlen muss, die dann auf Konzerte gehen und feiern, ja? Die Lektion ist wirklich gut gelungen, wirklich gut gelungen. Hey, Lenny Gwepitz oder sonst irgendwer, haben die alle vergnügen? Ich wollte noch mal was Neues machen, wie die im Echo immer hier mitreden, durchs Waschbecken und alles, und wie ich Cent für Cent abgezogen krieg, wie ich morgens dann das beschreibe alles, wie schwer das war, jemanden kennenzulernen, für was muss eine Frau arbeiten, hey, und SimpliVet, wie er von mir profitiert hat, gut, dass die immer alles umsonst dann kriegen, sogar die Eintrittskarten, fürs Schwulsein. Das war's für heute.